Mein Ziel mit der Ausstellung hier in Ibiza ist, anders zu sein als jeder andere. Und gute Kunst braucht einfach gute Inszenierung. Als Künstler ernst genommen zu werden und museale Kunst zu schaffen und andererseits eine hippe Sommerausstellung zu machen und viel Entertainment zu schaffen, das ist ein sehr schmaler Grad, darüber bin ich mir auch bewusst. Aber ich bin der Meinung, wenn du nicht anders bist, dann kannst du es auch gleich sein lassen. Ich habe angefangen, die Kunst so zu definieren, wie ich sie für mich für richtig halte. Und ich habe sie neu definiert.